Ja halt womit du den Turm da baust. Und woher bekomme ich Cobblestone? Auf der Kiste. Hallo liebe Leute, wir machen hier mal eine neue Folge Minecraft. Wir haben uns jetzt schon lange nicht gesehen, bei mir hat sich so einiges verändert. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und hab den Bursch, unseren Fake Bursch Kalifa weitergebaut. Er geht jetzt schon bis Level 250 circa, also es geht nicht mehr weit rauf. Und ein bisschen ausgehöhlt, ist ja auch schon, nur das muss halt noch bis Ebene 0 oder bis Ebene 2, 3 gemacht werden. Und ich habe heute sogar einen Gast dabei, meine Schwester nämlich. Hi. Hi. Wir haben heute entschlossen, wir machen heute einen kleinen Zockertag und haben schon wie früher Super Mario Bros gegeneinander gespielt. Ja, wer hat wohl gewonnen? Natürlich sie. Wie immer, wie früher. Ja. Genau, und dann wollte sie, dass ich diesen Bursch Kalifa weiterbaue. Ich will, dass er endlich fertig ist. Ja, der wird noch lange nicht fertig sein, weil... Schaut jetzt halt der Regen auf. Weil... Schön, wir sind ja auch drinnen. Ich habe keinen Cobblestone mit. Den muss ich holen. Ja, und wir spielen im Bett, weil wir keinen Bock haben aufzustehen. Also richtig faul Tag heute. Ja, und der Cobblestone geht mir aus. Cobblestone. Weißt du, dass das ist? Ja, halt womit du den Turm da baust. Und woher bekomme ich Cobblestone? Aus der Kiste. Ach ja. Ne, jetzt ist halt momentan ein bisschen dunkel, weil ich oben schon ein bisschen zugebaut habe. Ich mach halt Fackeln rein. Fackeln? Ja, hast dir recht, aber... Das ist halt schwer. Unmühsam. Das hätte ich eigentlich machen sollen, wie ich ihn gebaut habe. Naja. Und schon. Fackel, ich komm da nicht drauf. Okay, das mit der Dunkelheit, das müssen wir ändern. Fackeln. Ja, machen wir eh dann noch. Scheiße, wann habe ich zum Aufnehmen begonnen? Mit 10 nach? Was? Wann habe ich zum Aufnehmen begonnen? Weiß ich doch nicht. Habe ich das doch auf die Uhr geschaut? Nein. Na gut. Wie findest du übrigens mein Pferd? Ines? Ja. Sexy. Ja, mit dieser Diamanttrüstung, die sie hat. Nicht schlecht, gell? Ja. Und der Regen ist extrem mühsam, deswegen habe ich die Lautstärke auch runter gedreht. Und ich habe mir auch noch ein bisschen Zeit genommen, habe die neue Diamantschuhe verzaubert. Wieso ich genau die Schuhe verzaubert habe, weiß ich nicht. Okay, das ist... Oh Gott. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Ich bin wieder beim Bau, wieder 200 Mal gestorben circa. Aber das macht ja nichts. Und da... Ja. Eigentlich... Ja, zum Schluss ist da halt jetzt nur mehr so ein Schornsternartiges Gebilde. Schornstern? Schornstein. Ich will dann runterspringen, bitte. Du willst, dass ich sterbe? Das ist so geil. Wieso? Weiß nicht. Jetzt kommt da Musik auf einmal daher. Die Schnauze. Und den Sound drehen wir auch kurz ab, weil ich hasse Regen. den Regensound. Du hörst es gerade nicht. Einfach, weil ich es hören kann. Und du nicht. Ja. Lukas fahr auf. Ja. Bist du gleich fertig, oder? Naja, das dauert schon noch ein bisschen, bis ich da oben bin. Oh mein Gott. Und dann... Ja. Eigentlich gibt es da nichts mehr zu tun bei dem Turm. Außer, dass wir ihn noch mit Glas verschönern werden. Ja, sowieso. Ja. Auf der Seite so. Oh Gott. Wenn du verstehst, was ich meine. Du verstehst überhaupt nicht, was ich meine, oder? Ja, du hast so Glas-Steine. So Glas-Quadrate. Ja. Nur dreidimensional. Kenne ich nicht so aus in Minecraft. Quadrate. Würfel meine ich. Ja. Entschuldigung. 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 Ich habe nur das Gefühl, dass mein Gerät überhitzt. Der Gerät? Der Gerät. Wieso spielst du nicht mehr Jelly Splash? Weiß ich nicht. Weil das viel interessanter ist. Ja, so ist es. So ist es auch. Boah, wenn du da runter schaust, schon wie geil. Naja, du siehst eigentlich nur Quadrat. Und ein kleines Häuschen. Und da mit dem Namen Sebo hier. Siehst du? Mhm. Ur-Fan. Oh na. Oh na. Komm, bau weiter jetzt. Oh, scheine Common Schatztruhe ist erschienen. Was heißt das jetzt? Die ist nur 1398 Blöcke weit entfernt. Und? Naja, die sollte ich mir holen. Hol sie. Ja, weißt du wie viele 1398 Blöcke sind? Das sind 1400 Blöcke. Das ist wie lange ich brauche. Ich habe gedacht, das soll ich jetzt fertig bauen. So, da. Bist du ja fertig schon, oder? Ja, so circa. Jetzt brauchst du nur noch eine? Eine Spitze. Mhm. Hä? Ich habe das falsch gebaut. Ernsthaft. Ja. Wieso? Ja. Da, da sollte jetzt so sein. Und dann sollte ich nur mehr so rauf gehen müssen. Wow. Mach halt. Dann füg halt noch was hinzu. Warte. Wir sind jetzt auf 200. Das sieht ja niemand. Doch. Das sieht ja niemand wie es drinnen ausschaut. Na nicht drinnen. Das sieht man ja von außen auch. Schöne das an. Das müsste... Hä? Ja. Das müsste da rauf gehen. Aber alles falsch gebaut. Ja, dann unterbrich mal das Video, oder? Nein. Das ist ja wurscht. Das ist ja ursach. Na ja. Aber der überhitzt das Teil. Ich hole mir einfach die Schatztruhe, okay? Okay. Ich hole mir. So. Ja. Also. Oh nein. Hand. 1385. Jetzt laufe ich da hin. So. Hand. 1400. Das heißt, ich muss genau in die andere Richtung. Mhm. Um die Schatztruhe zu bekommen. Mhm. Nur da ist jetzt das Problem, dass ich durch den Dschungel muss. Und? Ja, Dschungel ist scheiße. Wegen? Wegen den ganzen Pflanzen, da kommt man nur schwer voran. Schau, jetzt musst du ein bisschen schau, tja. 1334. Können wir aus der Folge gleich eine Treasure Hunt Folge machen. Weil ich mache hin und wieder so Folgen, wo ich nur Schatzen, wo ich nur Touren sammle. Und letztes Mal hatte ich das Pech, dass nur Scheiße drin war. Und. Ja. Schau, wie mühsam das ist, da rumzulaufen. Und dann noch mit dem Regen. Jetzt musst du schwimmen. Wo? Was ist das blaue? Das sind Chunk-Load-Fehler. Achso. Dass das ein Chunk ist. Ja, Spam. Was? Das ist Chunk-Mail. Das ist Spam-Mail. Ahja. Ja, sowas ähnliches. Du hast gestorben wegen dir. Weißt du, du bist echt im Wasser, hab ich dir gesagt. Ja, aber. Na gut. Ja, okay, jetzt muss ich schwimmen. Aber das konntest du nicht wissen. Nein, nein, nein. Das konntest du ja nicht wissen, dass, dass, dass da Wasser ist, ja. Ganz ehrlich. Ich hab's gesehen. Oh, Alter. Hand. 1150 noch. Na dann müssen wir ein bisschen laufen. Meine Schwester ist auch ganz fasziniert von meinem Intro. Ja, das Lied ist ja auch cool. Kann man nichts gegen sagen. Ich bin nicht so schwul. Die Schnauze. Schau, wo ich jetzt bin. Oh, im Wasser. Ja. Ja, aber wo? Was ist heute für Tag? Heute ist Sonntag. Das tapft sich auf. Da ist mein altes Grundstück hier. Schau. Da hab ich früher gewohnt. Da, schau. Oh, da kommt mein... Oh, fuck. Das hab ich gebaut alles. Ja, voll spannend, oder? Ja. Das hab ich gebaut, siehst du. Ein Haus, was in der Luft schwebt? Ja. Ziemlich geil. Eine schwebende Pyramide. Nice. Hager-Shit, oder? Ja. Okay, ich muss aber was ändern. Ich werde mir jetzt ein Schokoladenstück holen. Magst du auch eins? Nein, danke. Ich bin auf Diät. Video Settings, Render Distance, Short. Und ich werde mein Texture Back auf Default kurz ändern, weil sonst überhitzt mein Computer. Okay. Und das geht ja gar nicht, ja. Oh, mühsam hier. Da mich da rauszugraben. Äh. Oh, da. So. Hand, eurer. Flash, hand. Nummer 950 Blöck. Euter, Entschuldigung. Das ist mein fucking Netz-Kabel. Sorry. No problem. Hauptsache Yolo, gell? Hauptsache wir finden einen Schatz. Ja, das ist wirklich ein Schatz. Nur urweit entfernt. Jetzt kann ich wieder meinen Sound aufstellen. Dann ist es nicht so still. Ja. Jetzt gibt's ja da keinen Nikolaus-Schoko-Essender. Was ist das? Ein Enderman. Schau. Slenderman. Ich dachte Creeper. Das ist kein Creeper. Slenderman, äh Enderman, das sind diese schwarzen langen. Okay, das hört sich jetzt komisch an, aber das sind schwarze lange Viecher. So wie das eine Spiel am Handy, oder? Ja, genau. Slenderman. Ja. Ja, und ich glaube daher hat Mojang das auch. Mhm. Also die Entwickler. Und der Creeper, das ist sein grünes Viech, was dann explodiert. Was gibt's da noch nicht zu verstehen, ey? So, da ein bisschen laufen. Schau. Nur mehr 743 Blöcke. Not bad. Und das ist schon wieder ein Dschungel. Da kommt man so schlecht voran. Ich hasse Dschungel. Es gibt nichts Schlimmeres, was ich hasse als Dschungel. Und da kommt jetzt ein scheiß Lavasee. Siehst du ihn? Da sollten wir nicht sterben. Was, in 8 Minutes gibt's ja nicht Event? Ähm. Hm, das hört sich geil an. Event, ja. 633 Blöcke. Äh. Ist Blöcke immer ein so ein Würfel? Ja, genau. Ein so ein Würfel. Das heißt, ich müsste jetzt noch 600 Blöcke gehen. circa in diese Richtung. Da tadaaaa. Wow. Okay. ist das ganze Zimmer riecht nach Schokolade jetzt. Schmeckt so gut. Naja. Ich finde es schmeckt nicht gut. Slash Hand. 535 Blöcke noch. Das wird doch wohl möglich sein. Wo ist diese scheiß Kiste jetzt? Wie lange das dauert? Was denn? Naja, bis man eine Kiste mal bekommt. Ich dachte, wann findet die gleich? Auch gleich. Das ist übrigens ein sehr guter Plugin, der ein Members of Day geschrieben hat sozusagen. Ein Plugin ist eine Veränderung von irgendetwas. Ganz gut, was ist davon gut? Das? Keine Ahnung, ob das gut schmeckt. Hat dir gesagt, ich bin auf Diät. Ja, ich hätte sagen können, dass es nicht gut ist. 416 Blöcke noch. Das kann nicht sein. Das ist so mühsam. Jetzt ist da wenigstens kein Dschungel mehr. Jetzt geht es wenigstens schneller voran. Hand. Wurzach. Muss ich da rauf, oder was? Hallo? Da ist eine Schneewelt. Hui. Und 372 noch. Das ist so mühsam. Das ist so mühsam. Das ist so mühsam. Oh oh. Oh oh. Uff. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, so weit zu gehen wegen so einer Scheiß-Truhe. Da ist ein Creeper, schau. So schaut ein Creeper aus. Der explodiert, oder? Ja. Außer ich töte ihn davor. Genau. So explodiert er dann. Ist aber nicht so. Toll. So 342. Was ist, wenn ich da hinlaufe? Weil das ist viel zu mühsam. Anhand. 363. Das heißt, das ist die völlig falsche Richtung. Ungefähr so. In die halt. Wenigstens nicht durch den Dschungel. 318. Also ich schätze mal, ich muss in die Richtung zurück. Ich habe einen Ohrwurm von deinem Intro. Mein Intro ist auch geil. Hey, warum ist das doch einmal Winter? Wieso ist das doch einmal Winter? Ist das kein Schnee? Doch, das ist Schnee. Aber das ist... Ich hab dir doch heute schon von Biomen und so erzählt. Ah, ja, stimmt. Und da gibt es ein Biom, was Dschungel ist. Und es gibt ein Biom, was Winter ist. Also Schneewelt halt so. 205 Blöcke noch. Urzach. Aber jetzt haben wir es bald geschafft. Schneideratzpulver. Da. Hä? Der Subsidian. Naja. Wollt. Hm. So ein bisschen da in die Richtung. Was? Ja. Ich bin sehr nahe an der Schatztruhe. 124 Blöcke noch. Ja. Nicht schlecht. Geilo. Ja. Das ist richtig geilo. Uff. Jetzt bin ich ja tot. Dann ist was. Ich muss fett fressen. Eh. Kannst auch schneiden? Natürlich. Wenn es in anderen Gebieten regnet, schneid es dann da. Mhm. Das habe ich dir aber auch schon mal gezeigt. Jaja. Sechzig Blöcke noch. Naja. Das wird ja was. Die Folge ist vielleicht ein bisschen zu lang. Weil ich mache meine Folgen circa 20 Minuten und das wird ein bisschen länger dauern, aber ich versuche mich sehr kurz zu halten. Schau, das ist ein Zombie. Zombie. Wow. Der brennt. Ja. Weil er einfach zu tun ist. Es ist doch Tag. Warum kommen am Tag Viecher? Äh. 57 Blöcke noch. Und was ist, wenn jemand anderer die Schatztruhe nimmt? Naja. Dann habe ich verloren. Ein Schwein. Ja. Was brauche ich ein Schwein? Weiß ich nicht. Milch. Äh. 89 Blöcke? Was? Muss in die andere Richtung. Warte. Ich bin auch dabei. Muss aber noch die Truhe finden. Was? 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 Uffala. So. Dann so. Hand. 41 Blöcke. Dann schauen wir mal da. Ja. Hand. Eure. Ursache. Hand. 38 Blöcke. Warte. Dann kann das hier nicht so ganz stimmen. Weil. Das ist einfach Ursache. Schau, das ist jetzt wie eine 39. Warte. Gehen wir mal kurz hier hin. Urmühsam, dass du nicht genau die Richtung weißt. Ja eh. Man weiß halt nur. Weißt du eh. Hand. 59. Super. Dann bin ich ja dann schon vorbeigegangen bei der Truhe sozusagen. Wenn ich mich nicht irre. Ganz irre hier. Voll wertlos das Spiel leidig. Aber man kommt ein paar lustige Sachen. Nicht dass ich es nötig hätte irgendwelche verzaubernden Eisenspitzhacken zu bekommen. Aber ja. Lustige Challenge. Mensch. Und wenn es. Ich bin so gespannt was da in der Truhe ist. Bist du das? Ja. Naja. Wenn es man. 6 und. Was? Es ist ja Ursache. 36. Dann da. Es ist 49. Boah. Ich bin halt urverwirrt. Hand. 48. Was? Es ist ja Ursache. Es muss das da sein. 54. 50. Das verstehe ich nicht. Hand. 41. Da. 34. Verstehst du eigentlich jetzt da hin? Muss das doch irgendwas mit 20 sein theoretisch. 25. 25. Alter. Du gehst mir jetzt nicht am Arsch. Wirklich. Slash. Hand. 24 Blöcke. Und da haben wir dann wieder. Alter. Hand. 25. 25. Okay. Da. 31. Dann muss das verdammte Scheiße hier sein. Ja. Zwei Blöcke entfernt nunme. Dann ist hier. Slash. Hand. Zwei. Eins. Zwei. Slash. Hand. Muss ich fünf Sekunden warten? Wieso? Weiß nicht. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Ja halt hier vielleicht. Vier Blöcke. Eins. Zwei. Drei. Vier. Dann müsste das theoretisch hier sein. Ein Block. Und hier. Und. Null Blöcke. Hier ist sie. Jetzt muss ich mich dann nur mehr runtergraben und dann habe ich die. Die Scheiße endlich. Oh. Da. 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 Ist vielleicht gerade ein bisschen dunkel aber ich. Es wird viel zu mühsam irgendwie. Hast du keine Fackel eingesteckt? Doch habe ich aber. Ich habe einfach jetzt keinen Bock Fackeln da aufzustellen. Du glaubst, dass die Kisse unten ist? Ich glaube, dass die Kisse unten ist. So ist es. Hand mal. Hand ich. Ein Block. Man muss jetzt da sein, Alter. Man muss jetzt da unten sein, ja. Du bist ja schon mehr Blöcke runtergefallen. Weiß ich. Aber pass auf. Hand. Ein Block. Wie geht das? Weil es auf... am Grundriss ist. Also sozusagen... Es ist nicht... von oben nach unten, sondern nur auf die Seite. Das heißt, ich bin schon über der Kiste gewesen. So. Siehst du? Da. Da. Da stelle ich jetzt Fackeln hin. Und da ist die Kiste. Tada. Und? Alter. An Schaes? Ja. Nicht einmal irgendwas. Naja. Wines. Best Wines. Und Obsidian. Ach, das ist richtig kacke. Gut, also wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis später. Und noch einen schönen Abend. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.